Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge GTA 5 mit Darlow, Early, Flocke, Hotline, Snookse, Maro, McFly, Payne, Alex und... Holla Rolla! Holla Rolla! Ich finde gut, dass Irwin schon in die Aschmord reingeht, da müssen die Leute schon mal abschalten müssen. Ich sag schonmal sorry, mein Charakter hat Alkohol getrunken. Holla Roller. Und die gehen jetzt bestiegen. Holla Roller! Holla Roller! Holla Roller! Keine checkpoints! Apurze! Ach, Kohl ist keine Lösung, Darlow! Du hast nicht والiser gespielt. Das ist die Strecke, wo man am Ende in der Mitte fahren muss. Alex, du hast den Checkpoint, oder? Keine Reaktion. Ja, gerade so noch. Wir reden Neutron in die Diskothek. Sorry, nur für geladene Gäste. Witzig, weil ich ihn verstehe. Warum muss man hier rechts... Ja, er ist da! Hast du es gesehen? Das war schön early, aber ich bin early erst mal zu Kopf gestiegen. Alexander, gib Gas. Ja, bin doch schon dabei. Alex, super Charm. So, wenn er jetzt gleich links abbiegt, denkt dran, in der Mitte ist es am schnellsten. Geiler, Maxi Wotter. Ach, diese Strecke ist das. Mir sagt sie immer noch nichts. Jetzt mittig. Das ist ein Blödsinn, oder? Oh, shit! Ich bin wirklich mittig. Nein! Das ist halt echt... Das ist auch keiner... Wie lange nimmst du wieder auf? Weißt du, Dalu sagt es schon... Ich hatte zu viel Schwung. Ey, so freut mich zur Mitte. Ja, dann musst du dir auch mal vertrauen. Ja, ey, und jetzt hab ich freut. Ich hab echt auf dich gewartet. Du bist ein netter Kerl. Wie ist eigentlich der aktuelle Stand des Wahres Geistes von Dalu? Ja, es ist kein Ding, ich bin immer noch da. Was ist der aktuelle Stand von Dalu's Wahres Gehalt? 98 Prozent. Ja! Mich hat nach Wahrheit ge... Leute! Er hat dir drauf geantwortet. Nein? Nein, hat er nicht. Seine Sachen gehalten. Oh, Scheiße! Ey, Mann! Ja, das mag ich. Oder kurz, eine zu früh. Ich fahr auf den Drecksfahrer. Ich fahr auf den Mittig, Leute! Ich fahr auf den Mittig gerade gar nicht mehr hier. Denk dran Mittig fahren. Ich bin Mittig gefahren. Never again. Schöne Early, nimm alle Stopper mit. Ja, ich hab schon gesehen. Vergesprungen. Achso, da kann man ja bitte fahren. Ja, hab ich ja gesagt. Danach überlegt. Danach überlegt. Danach überlegt. Danach nicht. Danach. Danke, Flocke. Was ist die Flocke? Da kann man vertrauen. Warte an den Mittig einen Scheißdrecke! Was wollen wir? Los, girly boy! Los, girly boy! Ist das mein, äh, deiner? Ich weiß es nicht. Unsere? Ich glaub, das war meiner. Girly boy! Ja, das war meiner. Girly girl! Hey, mach sie auch da! Hallo! Late boy! Warum fahrst du denn so lang? Du kannst dich jetzt tausendmal schon überholen. Ich bin Schatten! Entschuldigung! Ich hab nichts gemacht! Oh Gott, warte! Hast du gerade das Motorrad? Ich hab noch nichts gemacht! Oh, meine Augen sind so trocken, Maxi! Oh nein, 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 Kunter! Oh nein, nein, Kunter! Oh nein, die sinken! Ich hab's von hinten gesehen sogar! Schade! Schade! Ich hab extra versucht, von ihm wegzufahren und hab ihn dadurch wahrscheinlich mehr weggedrückt. Schade! Schade! Nein, nein, nein! Wer macht denn Nils da vorne? Ich fahr hier rum. Ach, du hast den Nils wieder. Aber ich seh die anderen noch. Oh nein, Kunter! Ich schuze! Den Nils macht man, wenn man vorne so nicht redet. Ich ruf ihn wieder an und frage ihn, wie's ihm geht. Hier ist auch nichts los gerade. Das ist eigentlich das Problem, wenn du vorne bist, ist halt so... Es hat nichts los, ja. Pain, machst du dann den Umgekarten hier? Bitte? Was? Ne? Ne? Ich bin jetzt... Das war doch eigentlich relativ verständlich formuliert. Was ist das hier, Alter? Oh! Verpasst mich klapp, verdammt! Achtung! Mitte Early! Das ist Spinnig Early! Ja, aber hinter uns! Jetzt machen wir mal kein Heckman-Komber, wir müssen doch gewinnen! Ja, so weit hier sind wir mittlerweile, ja. Mitte! Mitte fahren! Alter, ich komm nicht weg! Mitte Mitte fahren! Mitte fast da hoch geschafft! Mitte fast funktioniert! Nur fast! Nur fast! Das funktioniert nur, wenn du weit genug fliegst. Nicht wieder die Fliege machen hier? Ne, ich bin... Wir haben gleich noch bei den Kurven die Möglichkeit, seine Oberkoppelzins auszututzen. Da war's jetzt! Da war's jetzt! Ja, Mensch! Ja! Okay! Oh! 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 Das hat geklappt! Oh! Achtung! Ich versuche nicht zu lenken! Ja! Ja! Aber... Denk dran! Mitte, unter, nach links oder rechts! Oh! Oh! Ich bin gestorben! Du kannst doch nichts für das! Ich hole uns den Rang! Mach das! Ganz Storz auf dich! Danke! Nein! Ah! Oh! Nein! Mach doch die Storben auf! Oh nein! Ich hasse es so, da die Ecke! Es gibt noch eine Runde! Oh mein Gott! Ach, noch eine Runde? Okay, dann ist alles gut! Mit der Kapuze! Rauf! Oh Gott! Jetzt sind wir, erster! Seen Poker! Nein! Jetzt müssen wir da alles anordnen! Nein! Jetzt sollst du unser Motto machen! Was machen wir? Was denn? No! Was? Marco! Hör doch! 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 Oh nein! Witzelwein! Oh nein! Dann nimm doch erst von der aus! Mache! Hör doch! Was schon los! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Hör doch! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Und die Rampe? Nix, leider. Nur Rampe. Wäre es gut, wäre die Rampe. Scheiße. Maxi. Alex, Alter. Wir haben mal kurz abgekürzt, ne? Wir müssen auch heute rausschauen, ne? Ich bin leider ein ganzes Mal tippt. Da kann man es dann entgegen. No, Baru. Da holt sie fast selber raus. Alter, ey. Denk an die Mitte. Ja. Ach, Mann. Bei dem Wetter ist das echt kein Spaß, ey. Bei dem Wetter ist... Was? Sorry Kapuze! Tut mir leid! Entschuldigung. Ruhig. Nach einer roten Lampe muss man stehen. Ach, ne. Heute ist echt ein schöner Tag. Ich bin noch bei Gelb durch. So wie jeder Tag. Wer ist denn das? Das ist der Early. Early, Boy. Ich bin wieder geboren. Bei dem Platz. Nix der Tag, Alter. Das ist wieder ein laues Jahr. Oh, oh. Nein! Ich hänge einfach an dem Spiel fest. Oder wir beide, oder was? Wir beide. Oh nein, so knapp. Gemeint. Oh. Ich schaff's nicht im Stil, glaub ich. Au. Ist das ne Mod? Nee, schon wieder! So, auf keinen Fall. Hier, jetzt auch noch mitnehmen. Oh. Nicht durch die Mitte fahren. Danke. Durch die andere links. Was? 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 Hier willst du mal. Was? 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 Das ist der schnelle Weg, die Kurve. Ja, das war echt der schnelle Weg. Das hätte nicht mehr viel gefehlt. Fünf Sekunden oder so? Ja. Ich würd sagen, das war die beste, die beste Ding. Also den Speedrun müssen wir kopieren an der Stelle. Ja. Abkürzung durch das, durch das Spark-Haus. Hey! Level 130. Oh. You're local. What? I've mischeated. Dein Switch ist auch noch mal geschafft, ey. Hey, ich hab plus 400 gewonnen. Nicht beendet. Was hat denn die DNF? Did not finish. Aha. Ja. Mist, das alles nicht. Die nette Flocke. Do not fight. Never. Never ever. Dafür gibt's sicher keine Abkürzung. Dafür muss man's nicht oft genug sagen. Böder Nuss-Valafel. Du hast drei meinen Spiegel und sie erscheint. Fuck you. Das ist richtig lit. War doch nicht die. Doch, das ist eigentlich das Besten. Bad. Die. Das ist deutsch. Kondra, was nehmen wir denn? Nicht das Kondra, das muss eben im Zug nicht. Dann nehmen wir die Endur. Enduro. 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 Retro Custom. Enduro. Enduro. Retro Custom. Enduro. Enduro Custom. Retro Custom. Ich hab jetzt die Enduro, nicht die Custom. Vlocke Retro Custom. Gibt keine Customs. So, dann ärgern die Bench. Erg Glock hier schon so Retro. Vlocke ist 8. Ich brauch kein Kostüm. Guck mal, der hat so'n Würfelbecher vorne am Lenker. Ach die Strecke ist das andere. Wenn du die Insekten bekommst, wäre eine Fahne. Uli, was ist da los? Hat er grad erwürgt? Noah, lass dich. Ne, die Noah ist grad weint gerade nicht alleine. Ich darf so viel leer machen. Noah, hast du Weine trinken? Die Wein, trinkt das Wein. Ach so, die Wein. Ach, sie weint grad ganz alleine. Hast du schon den Wein? Ja, so was. Ein Weinfest in Duisburg ist... Ich hab nichts getan. Ich hab nichts getan. Mittelfinger ist immer okay. Wurf ihn raus aus. Mein Motorrad ist alles erlaubt. Hat dir das keiner mitgeteilt? Warum mein Motorrad... Lol. Ja, ja, guck nochmal nach hinten. Schade. Nein! Das war nie rum, Leidung. Ich bin einfach nach hinten geflogen. Nein, ich geh in die Bäume, ihr Arschgeigen. Ich bin tot, kannst du warten? Ich bin an der Rappe geboren. Ich bin an der Rappe geboren. Ich bin voll am Ziel. Wir müssen schon zusammen fahren. Bin ich schon da gekommen? Ja, ja. Aber ich hab'n Baum geknuddelt. Uhhh. Ups. Viel da. My loneliness is healing me. Das ist extra bisschen Abstand hier bei dem Scheiß. Ja, das ist echt der Ziel, ne? I must confess. Yes. I still be... Hör dich gerade aus. Kannst du das noch auf Deutsch kaputieren? Ja, klar. Ja, dann lacht er. Das ist ja gut. Das findet er gut. Ey, legt auf! Hör mal bitte, hör auf deinen Erdi raushauen. Der Motorrad hat irgendwie kein Spiel mehr. Es geht anders als ich. Okay, das ist Erdi. Ja, super lange am Radfahren. Ja, aber du bist nicht weg einfach. Ach komm, der Scheißbaumstab. Du musst nämlich reingefahren. Der ist nicht gleich gegen den Baum gefahren, aber auch davor schon. Das spielt gar nicht, dass du erster bist. Könnte sein, ja. Öl, ihr macht da nix raus. Kriegst dein Pussy und war alles okay, ha? Nee, das ist bei Verletzungen, nicht bei schlechten. Von mir her. Oh, kein Pussy von dir. Kriegst du Pussy? Kann er über Schild geflogen machen? Ich bin abgutzgeist. Zieh nach hinten. Was? Hinten. Hallo Kapuze. Hallo, schöne Alps. Schöner Mann. Guten Tag. Ich hab die Maske an, weil nicht jeder meinst. Jo, mal guck mich über die Welt rüber. Ich überlebt. Ja, ja. Seh ich nicht, oder? Seh ich Kapuze. Alex, das war... Oder hast du mich gerannt? Okay, dann war das Diss. Ja genau. Wir sind beide nach rechts gezogen worden. Ja, du. Vorgeräte. Die Brücke. 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 Danke, dass du es gesagt hast. Ich hab's leider vergessen. Du hast ihn fast gekauft. Was ist bei der Brücke? Ich hab's dir auch genommen. Ja, sehr gut hat er. Ja, sehr gut hat er. Mach mal keinen Necknen. Ja, guck mal rein. Das war dein... Hey, was ist denn hier? Hä? Ich hab's doch was drin gehört. Ja, die Brücke. Vorgeräte. Da. Du schweig. Scheiße, Pain hab ich überholt. Mann, ich glaub, wir wurden überholted. Fuck. Hi, Dems. Hi, Dems. Mal nach hinten. Wie sind wir hier? Ich bin hier gar kein... Ich bin hier keine... Oh, ich muss mich kurz um Duster kümmern, warte. Early? Stop. Es ist early. auf der liste von leuten jetzt nicht mehr gerannt werden die raus wäre unangebracht die sind schon gestraft genug die da draußen jesus liebt auch noch geurte man trennt doch nicht es ist gelogen hat das stimmt nicht ich habe das war die zirka ich war recht jetzt kommt das ist nicht gut nein gott sei dank was ist denn da passiert was war es nicht das war's für dich ich bin vorne wirst zack ein elch die wahl da bläst er rennen beendet ja das war eine weitere session geht ja wenn es euch gefallen hat shop bei der anderen vorbei schau bei der anderen vorbei flocke aktiv und bis zum nächsten session